Hallo Leute, wir sind hier gerade in Ice Cream Simulator und es gibt natürlich das neue Update mit diesem Zug hier und ich habe hier gerade gesuchtet, 4,8QQ, keine Ahnung was, wir sind hier mit ein paar Freunden auf Discord und ich gebe jetzt das letzte Eis ab. Boom, wir haben 5, keine Ahnung was und wir werden uns jetzt auf jeden Fall diesen komischen Zug da kaufen und schauen, was er so kann und macht. Ja, aber es geht eigentlich halt echt voll schnell. Okay, ich spawne mich jetzt mal zu diesem... Hä? Wut? Achso, ich habe sie nicht ausgerüstet. Uff, das ist gerade, wenn Legit hier auch passiert, müsst ihr auf jeden Fall folgen und Ambitino müsst ihr auch folgen, aber Ambitino kennt ihr ja schon, Leute. Was ist das? Ich gehe die ganze Zeit in den Shop und Leute, ich... Und eine Frage, wie diese soll ich mir schon nochmal verfolgen, ich habe so viele. Echt? Ja, ich habe das überlegen, ich habe das toll, war ich heute auch gefühlt, 10.000 Leuten und ich habe vorne Freunde und ich bin ungefähr 600 einfach auf, also... Ah, und Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei diesem... bei diesem neuen Wald und diesen Bergen, hier mit Kürbissen, das ist auf jeden Fall neu. Hier ist ein Zugzeichen, äh, Zeichen, da gehen wir auf jeden Fall runter, hier die Treppe. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Das klingt, als hättest du schon alles vorher erworben. Ja, habe ich auch. Ähm... Und hier ist auf jeden Fall dann hier so eine Tür und hier ist ein kleines Loch, das habe ich auch bemerkt. Keine Ahnung, was es bringen soll. Und jetzt... Hier sehen wir die Schienen. Wir laufen jetzt hier noch die letzte Treppe runter und dann ist hier die Schiene. Oh! Oh mein Gott, dieser Zug sieht so cool aus. Was? Wir steigen jetzt mal ein. Und was soll man... Ah, gut. Oh mein Gott, ich fahre so schnell. What? Der Zug ist so schnell. Ich schaue mal, ob ich da jemanden mitnehmen kann. Ja, okay, warte. Ähm, du kannst ja schon mal hinlaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist bei diesen Häuser... Yo! Yo, what? Nein! Der Zug... Der Zug ist zu schnell. Hä? Der Zug... Ist der Zug so schnell, dass es angezieht und schlägt? Nein, der ist zu schnell. Also, egal. Ähm, ihr könnt es gleich selber sehen. Also, Leute. Ich hole mir... Ich hole mir kurz ein Boot, okay, Leute? Und dann müsst ihr einsteigen und dann fahre ich euch hin und dann komme ich gleich, okay? Ich weiß auch nicht, wo die Bootstelle ist. Ja, 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 ich hole euch ab, geht zum Spawn. Ja, weil ich noch meinen achten Eis hier abgeben darf. Ja, ja, darfst du gerne. Ja? 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 Wer ist das Gelbe dabei? Ja, manche gibt's selten. Und, Leute, wir holen sie auf jeden Fall ab und dann... Ich hoffe, sie werden komplett ausrasten. Lol. Okay. Oh mein Gott, das Boot ist so schnell. Ja, ich mache erst mal Salto. Ja, wer kann's nicht? Ich bin bei Spawn. Bist du auch bereit oder nicht? Okay. Ich fahre ich jetzt da hin und dann komme ich gleich, okay? Ah, Hilfe! Das ist ein Glitch, dass man auf dem Land fahren kann. Aber wir beide haben halt beide noch diese, äh, Ressens, diese Cartoon-Animation, oder? Ja, ich habe auch Cartoon-Animation. So, wieder da. Ah ja, Dennis, ich nehme gerade auf. Okay, dann wartet hier mal, ähm, okay, wartet hier mal. Leute, ich bin kurz auf, klar. Nee, es kostet 26 Euro, Alter. Okay, Leute, dann wartet auf jeden Fall hier und ich komme dann gleich mit dem, ähm, neuen Zug. Ich bin jetzt weg, ich komme da halt reinlaufen. Ich bin jetzt weg, ich komme da halt reinlaufen. Dieses, äh, was? Nein, 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 wartet, wartet kurz. So, jetzt. Seid ihr hier? Ich kann einfach nur anbilden nachher, ne? Mach's. Okay. Also, ich... Echt jetzt? Geht einfach ganz runter. Ich bin jetzt weiter unten. Ja, wir sind jetzt unten, laufen jetzt so einen langen Gang. Na, okay, ich sehe euch. Gehen wir noch weiter runter. Und da ist eine Zugstelle. Okay, und da... Da ist auch mein Zug, oder? Ja, versteht's. Row, drei, auf. Da musst du reinsetzen? Ja, stellt... Stellt euch mal drauf. Ich fahr den Zug jetzt. Ah, Hilfe! Nicht! So. Und jetzt, und jetzt wird's so lustig, ne? Äh, Armbi, bleib einfach stehen, bleib einfach stehen. Ja, erstens, bis vorne in deine Viertel, dann ist Gott als ich. Was machst du, Armbi? Ah, ich fange! Weißt du, wie schnell wir jetzt sind? Wir sind viel zu schnell! Ah! Boom! Nein! Ich... Ah! Ich bin auch! Das ist so schnell! Ähm... Aber du kannst deine Pads abholen. Und ich bin jetzt oben auf der 1. Und ich bin bis zur 2. Insel hochgeflogen. Echt jetzt? Ja! Was? Ich bin hochge... Ich bin zum Spawn deropziert worden bis zur 2. Insel da oben. Oh mein Gott. Ja, okay, na... Nochmal, nochmal. Soll ich nochmal bo... Ich möchte jetzt Eis verkaufen. Okay. Ambi, komm du dann. Fahr mit deinem Truck. Es kommt alles. Nächstes. Was? 200 Quad. Sprüge dich. Hä? Den Kürbis kann man bewegen, was? Was? Der Kürbis. Der... Der Kürbis, der da steht. Wo? Hilfe! Okay, Ambil ist auf jeden Fall da. Wollen wir diesmal versuchen auf die Insel zu kommen, Ambi? Also ich bin draufgekommen und bin dann durch den Rückschlag, hab ich, äh, hab ich, äh, hätt'n... hätt'n... tausend irgendwas Graddrehungen gemacht. Ha, okay. Ja, und bin da rausgefluggt. Bin da rausgefluggt. Bin da rausgefluggt. Okay, wir versuchen mal auf die Insel zu kommen, weil ich hab' hier ein Eis mitgebracht. Das können wir dann verkaufen. Saftig. Ja, das ist übelst teuer. Was soll ich da sagen? Wir haben überlegt, das kostet aber auch was viel. Ja, ist schon. Oh mein Gott. Wie... Guck mal, wie cool das aussieht. Ey, Ambi, ich bin übel, Ambi. Ich hab' grad 15 Konten. Okay. Hä? Wie kann man sich da hinsetzen? Ja, du sitzt, Ambi. Haha. Okay, warte. Na, jetzt. 23k, das lohnt sich eigentlich auch. Ei. Ei. Ich fahr' mal... Warte, ich fahr' mal 4? Oh mein Gott, man ist so schnell. Wir fahren gerade 200. Jetzt fahren wir 300. Das ist nicht so viel. Das darf ich einfach sagen. Jetzt fahren wir 400. Äh, ich fahr' mal 400. Ich mach' mal langsamer. Nicht, dass wir wieder über die Insel springen. Das wär' natürlich klar. Ich mach' mal Bremse rein. Bremse. Nein! Jetzt bin ich zu langsam! Nooo! Ich muss grad so an. Du brauchst den Maximalspring und dann müsste man... Und dann müsstest du eigentlich davor auch ausspringen eigentlich, wenn man so überlegt, ne? Mhm. Ja, Ambi. Ambi, komm' nochmal. Komm' nochmal, Ambi. Digga, ich hab' 3.000. Ja, ich komm' gleich auch nochmal. Kommt sie bei mir auch rein? Wir spielen grad' dieses Spiel und wenn wir diese Spiel spielen, spielen wir dieses Spiel. Oh, gerne. Wobei, die liegt orange, ne? Bubblegum Lolli, warte mit der Lolli. Ich heiße'n die abgeben. Keine Ahnung. Ähm, aber warte mal diese. Dein Rad dreht sich einfach noch. Ja, was machst du denn, Alter? Was machst du denn, Alter? Du hast doch... Du machst... Du machst... Du hast... Du hast... Du hast... Ah ja. Hm... Also... Das war Traumblit drunter. Äh... Ich hab' euch rein, ja? Anni, war's uns erstmal Armin... Ähm... Es war's mal Armin... Und... Armin... Du kannst... Kletter da nochmal drauf, also kannst du probieren? Digga, welche... Welche Typen wollen denn jetzt endlich dieses Rote haben? Dieses ganz teure da, dieses... 250... Okay. Wir starten, okay, Armin? Wir... Wir fahren mal auf 3. Ich hoffe, das reicht. Jamai. Ich glaube, das soll heißen Jamann und nicht Jamai. Nein, das soll Jamai heißen. Jamai, hör. Jamai. Jamai, hör. Jamai. Okay. Ich mach' auf 1 und 2. Ich mach' auf 2. Ich mach' auf 2. Ich mach' auf 2. Bist du drauf? Bist du? Oh, ich bin drauf. Ich bin drauf. Bist du? Bist du? Bist du? Alter, der Zug ist so am Berg! Was? Was ist denn mit dem Zug los? Der Zug hängt da an... Der Zug hängt da an dem Berg. Oh mein Gott. Kannst du jetzt mal die Frage beantworten, wo ich dieses scheißrote Eis habe? Ich hab' keine Ahnung. Ich glaub' auch in dieser Stadt. Geradeaus in dieser Stadt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist ein kopfloser Dinger Reiter mit dem Kürbiskopf. Oh mein Gott. Die sehen so nice aus. Was? Die geben dir ein Kuh. Äh, ein Kuh. Das schlechteste Eis. Okay. Ich muss gleich mal ein Kuh abdrücken, ne? Das komplett OP. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.